Musik 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 Sie behandeln speziell ADHS. Viele Eltern kommen mit ihren Kindern in die Praxis, sind ratlos. Wie sehen Sie die Zunahme von ADHS? ADHS ist für mich eine typische ernährungsbedingte Erkrankung. Und es gab zwar früher, das kennen wir ja vom Strubelpeter, auch den Zappelphilip. ADHS ist ja in Anführungsstrichen das Zappelphilip-Syndrom, aber das war wesentlich seltener. Das hing unter anderem damit zusammen natürlich auch, dass die Bevölkerung toleranter war. Man lebte anders, man hatte weniger Stress, man konnte deshalb auch mal so ein Zappelphilip besser tolerieren. Ein Zappelphilip vor 100 Jahren zum Beispiel, der ist dann eben schulisch auch einen etwas anderen Weg gegangen und er konnte trotzdem was werden. Heute muss das alles sehr streng reguliert sein. Und wenn Kinder dann etwas flippig sind, dann ist es halt schwierig, mit ihnen umzugehen. Dann lernen sie nicht richtig, dann haben sie keine Motivation hier und da. Und Eltern, die leider auch häufig überfordert sind dadurch, dass der Vater arbeiten muss, die Mutter arbeiten muss, das Kind am liebsten noch irgendwo abgegeben wird, brauchen eben funktionierende Kinder. Und dafür setzt man leider heute Medikamente ein, was ich überhaupt nicht gut finde. Wo sehen Sie denn die Hauptursachen von ADHS, was auch häufig als Zappelphilip-Syndrom gesehen wird? Es gibt sehr schöne Untersuchungen aus England, die sind jetzt auch schon 15 Jahre alt, mindestens. Da hat man Kinder an bestimmten ADHS-Kriterien getestet und hat gesehen, die haben kein ADHS. Die sind richtig gut drauf und sind lebendig und so sollen Kinder ja sein. Und dann hat man sie mit Cola gefüttert. Und dann hat man sie eine halbe Stunde später wieder untersucht. Und dann hatten sie 80 Prozent ADHS-Kinder. Dann gibt es eine sehr schöne Untersuchung von Professor Hüther, mit dem wir Anfang 2000 auch schon mal eine sehr schöne Studie gemacht haben. Und Professor Hüther ist mit ADHS-Kindern vor, ich glaube, drei Jahren war das, in die Alpen gegangen, auf etwa 2000 Meter Höhe. Kein Fernseher, keine Handys, nichts, 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 selber Holz sammeln, selber Holz hacken, selber kochen, selber Kartoffeln schälen. Die Kinder mussten alles machen, was zum normalen Leben gehört, was eigentlich jeder früher mal gelernt hat. Und die Kinder waren 14 Tage da oben auf der Hütte, waren alle gut drauf, die ersten Tage der ein oder andere ein bisschen frustriert, weil ich habe kein Fernsehen und mein Handy ist nicht da und so, aber das hat sich innerhalb weniger Tage gegeben. Nach 14 Tagen eine Gruppe, die rundum zufrieden war. Dann ist Professor Hüther mit diesen rundum zufriedenen Kindern wieder nach unten ins Tal abgestiegen. Dann waren die Eltern da. Und dann haben die Eltern gesagt, was haben sie mit unseren Kindern gemacht? Ohne Fernsehen und ohne Süßigkeiten und ohne und ohne und ohne. Und dann kriegten die Kinder erstmal ganz schnell alles, was sie versäumt hatten und dann hatten sie wieder einen Schwarm von ADHS-Kindern. Also gesunde Ernährung und Bewegung an frischer Luft. Ich sage zu meinen Eltern immer, wenn sie kommen mit einem ADHS-Kind, was ihr Kind braucht, ist saubere Bioernährung, keine E-Stoffe. Alle E-Stoffe meiden ganz konsequent. Dann muss das Kind auf die Weide. Ich komme ja aus Ostfriesland. Da konnte man die Kinder dann auf die Weide schicken oder auf den Deich oder sonst was. Also toben an frischer Luft, Fußball spielen, Fahrrad fahren, diese ganzen Geschichten. Und sauberes Wasser als Trinkwasser. Oder einen sauberen, vernünftigen Fruchtsaft. Kein Fruchtsaftgetränk. Das ist nämlich eine Mogelpackung. Damit mache ich Kinder krank. Sondern einen sauberen, vernünftigen Bio-Fruchtsaft. Eventuell verdünnt, je nach Geschmack. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass ein Kind Zucker isst, Honig isst und 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 in Maßen, wenn es saubere Produkte sind. Welche Nährstoffe spielen denn bei ADHS eine Rolle? Dadurch, dass die Kinder eben überfüttert sind mit Chemikalien, ist natürlich der Darm völlig kaputt. Die Verdauung ist schlecht, die Resorption ist schlecht. Das heißt, die Kinder sind in der Regel verarmt an Nährstoffen. Und wenn Sie solche Kinder angucken, wenn Sie sie einfach mal vor sich hinstellen, ich sage mal mit einem orthopädischen Blick, dann sehen Sie, die haben Knick-Senkfüße, die haben unterschiedliche Beinlängen, die haben schiefe Schultern. Eine Schulter hängt hoch, die andere hängt runter. Die halten den Kopf so wie ein Fernsehsprecher gerne so. Das können Sie von Ferne sehen, dass solche Kinder krank sind. Das Interessante im Zusammenhang mit der Ernährung, mit ADHS, ist eben auch, neben den Haltungsdingen, die man so von außen sieht bei den Kindern, die Entwicklung des Kiefers und der Zähne. Ich habe vor 15 Jahren in Lübeck mal eine Ausgrabung beigewohnt. Das waren Menschen, die als Leichen in der Pestzeit in einer Ecke der Kirche, außerhalb der Kirchenmauern, aber in einer Kirchenecke zusammengeräumt worden waren, mehr als 100 Tote. Und da war ich dazu gerufen worden, um mir mal Knochen und Schädel anzusehen. Das war um 1500 rum. Genau konnte man das zu dem Zeitpunkt noch nicht datieren. Und das Interessante war, sie hatten alle gute Gebisse. Die Kiefergelenke machten überwiegend einen ganz normalen Eindruck. Es gab zum Beispiel auch Knochenmetastasen. Das ist ein Hinweis darauf gewesen, dass es damals natürlich hier und da auch Krebs gegeben hat. Aber die Strukturen, die ich mir angesehen habe, waren überwiegend völlig intakt. Keine kaputten Knie, keine kaputten Hüften. Es war alles toll. Und wenn wir uns heute Menschen ansehen mit 30, 40, 50, dann haben sie kaputte Knie. Dann haben die Kinder in der Entwicklung Fehlregulation. Ein Zahn steht so, der andere steht so. Der Kiefer ist zu eng, der Kiefer ist zu weit. Es ist ein Kreuzbiss dabei und so weiter. Wir haben also massive Veränderungen im Kieferbereich, die für mich alle mit der Ernährung zusammenhängen. Und das Interessante ist, dass der Zahnarztlicher Kollege Voll und Kramer, die die sogenannte Elektroakupunktur nach Voll entwickelt haben, dass die herausgefunden haben, dass jeder Zahn über einen Meridian zu einem Organ verknüpft ist. Wenn ich dann weiß, ich ernähre die Kinder völlig falsch, mein Kind isst ja keine Kartoffeln, mein Kind isst kein Gemüse, mein Kind isst nur Packungssachen, Chips und Fritten und ich weiß nicht was alles, dann ärgere ich die Organe und dann können die Zähne sich natürlich alle nicht entwickeln. Und dann habe ich meine Fehlbissprobleme und dann habe ich meine Kiefergelenksprobleme, kranio-mandibuläre Dysfunktion, dann habe ich meine Halswirbelsäulenprobleme und das schaukelt sich dann runter bis zu den Knick- und Senk- und Plattfüßen. Und das ist alles ein Riesenkomplex, der mit ADHS einhergeht. Was raten Sie denn Eltern mit Kindern von ADHS und vergleichbaren Symptomen? Das Problem in der modernen Medizin ist, dass der Mensch zergliedert wird. ADHS ist die eine Fachgruppe, da gehen die Jugendärzte, Kinder, Jugendärzte, Psychiater ran. An die Kieferfehlstellung geht der Kieferorthopäder ran, eventuell auch der Kieferchirurg, der dann überflüssige Zähne zieht. An die schiefen Wirbelsäulen geht der Orthopäder ran. An den gestörten Darm geht irgendwann der Gastroenterologe ran. Heute haben fast alle Leute einen mehr oder weniger kranken Dickdarm aufgrund ihrer Ernährung. Und deshalb sind diese Wechselbeziehungen eben da und da und da im Fachgebiet aufgehängt und werden da therapiert, ohne dass man den Grundzusammenhang sieht. Und wenn ich ein Kind in einer freien Bewegung habe, dann kann es den Kiefer anders entwickeln, dann kann es die Haltung, die Muskulatur anders entwickeln und dann hat es ein ganz anderes Leben. Und wir wollen eigentlich ja lebendige Kinder haben und geben nicht Medikamente drauf, wie das Phenudan als Ritalin, was viel zu viel verordnet wird, und produzieren damit unter Umständen langfristige Nebenwirkungen. Es gibt Studienhinweise, dass wir Kinder, die wir damit füttern, direkt in ein Parkinson-Syndrom reinbringen. Und das kann eigentlich nicht das Ziel von Eltern sein, dass sie schon bei 10-, 12-, 14-Jährigen den Weg bahnen zum Parkinson. Herr Vorgemann, herzlichen Dank fürs Interview. Wir sollten darauf achten, so natürlich wie möglich uns zu ernähren und wirklich darauf zu achten, wie die Kinder sich auch verhalten.